Add on to the hood Setz dir die Hose etwas zu eng? Ich schlag dich auf. Verdammt noch mal. Was zum Teufel willst du? Meine Uhr. Ich will sie zurück. Ich hab deine verdammte Uhr nicht. Lügner. Ich bin der Bursche. Halt. Loll. Oh nein. Oh wir können von hier starten. Nice. Gehst du mit dem? Wir bringen jetzt einfach alle nacheinander hinterher. Um. Sinnvolle Aktion. Was ist das denn? Meine Uhr. Ich will sie zurück. Lügner. Hier. Tschüss. Ah. Rutc. Judy Uhr. Oh. 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 Okay. Was sieht ihr her? Nicht sterben ließ? Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Die Guillotine arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Der Arnaud, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport. Sei vorsichtig. Auf einmal, auf einmal. Komm heil wieder. Auch noch Kirschbombenköder. Ja sicher. Aber wo hat die die Uhr gehabt? Das ist die Frage. Waren ja drei Typen eigentlich? Hattest du den vom dritten gehabt? Werden wir jetzt gleich rauskriegen? Vielleicht auch nicht. Wer weiß es? Speicher anladen, speicher anladen, speicher anladen. Ich habe doch meine Klamotten an. Und mal wieder einen vernünftigen Bad. Und mal wieder einen vernünftigen Bad. Latouche müsste dabei sein, ne? Sieh nur, was du uns eingebrockt hast. Maul halten da drin! Vico und Hugo. So weit ist es mit Frankreich nun gekommen. Parasiten saugen die Revolution aus. Natouche Töten Wie guter Ja. Einmal die Akentate. 35 Wachen, 36 Verstecke. Aus der Deckung. Er kann da knicken. Anladen Tat, Unterstützung. Okay. Gucken, ob wir den da hinten jetzt auch so kriegen. Das ist mein Vorteil. Das ist mein Vorteil. Das habe ich auch. Das ist mein Vorteil. 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 Das ist mein Vorteil.